Erster Preis. Zwei Wochen Shanghai-Peking, die imposantesten Städte Chinas. Kücheneinblicke im Grand Hyatt Hotel bei Marco Mehr, Executive Chef. Das Fünf-Sterne-Hotel befindet sich in den Etagen 79 bis 93 des Shanghai World Financial Center und ist eines der höchstgelegenen Hotels. Sightseeing durch die verschiedenen Stadtquartiere mit Apero in einer Rooftop-Bar, zum Beispiel in der Vue-Bar. Besuch der Wasserstadt Jujiajiao. Aufenthalt in der Hauptstadt Peking mit Tagesausflug zur chinesischen Mauer mit persönlichem Guide. Gesponsert von Hero Lenzburg.